Musik Heute haben wir ein neues Format am Start und zwar der Trash Talk und mit dabei ist Daniel Wunderschönen guten Abend Hi, man kann davon ausgehen, wenn man ein Spiel entwickelt, dass das Spiel nicht alljährlich im Hype ist Also ich meine das war seit 2013, wenn nicht sogar schon seit 2012 Da ging es dann los, da fing der Fabian sich ein Laptop zu holen und dann im Jahre Laptop habe ich in der Schule bekommen, also ja Und dann Anfang 2013 so, nee Mitte 2013 Ja hallo YouTube, wir werden heute Minecraft spielen Ja 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 Und dann Ja 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 Ja